Ein Hase sitzt weinend auf der Wiese. Ein Reh kommt vorbei. Warum weinst du denn? Der Bär hat gefragt, ob ich fussle. Und dann habe ich Nein gesagt und dann hat er mich als Klopapier benutzt. Am nächsten Tag sitzt der Hase lachend auf der Wiese. Wieder kommt das Reh vorbei. Warum lachst du denn? Heute hat der Bär den Igel gefragt.